Jubel unter Rechtsextremisten. Die Wahlerfolge der AfD in Sonneberg und anderswo lassen Rechtsextreme und Neonazis und den heimlichen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke jetzt vom großen Durchbruch in ganz Deutschland räumen. Wahlumfragen sehen die AfD bundesweit mittlerweile bei 20%. Ja, und in den ostdeutschen Bundesländern könnte die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen sogar stärkste Partei werden. Und schlechte Aussichten, schlimme Aussichten für ein Land, das sich eigentlich dem Aufruf nie wieder Faschismus verpflichtet fühlte, verpflichtet fühlt. Stehen wir also an einer Wegscheide, wird Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus wieder Hof- und mehrheitsfähig in diesem Land? Und vor allem, was bedeutet das für die Menschen, die davon unmittelbar betroffen sind? Dass das Gespräch darüber, ob man wirklich noch eine Zukunft in Deutschland überhaupt hat, unglaublich zunimmt. Dass es viele Gegenden in Deutschland gibt, in die ich nicht fahren würde. Nicht einfach so, auf gar keinen Fall allein. Darüber wollen wir heute reden, darüber müssen wir reden bei Studio M. Willkommen euch und willkommen auch meinen Gästen hier im Studio. Ich begrüße Hanna Weiler, sie ist Präsidentin der Jüdischen Studierenden Union Deutschlands. Das ist eine Organisation, die 25.000 junge Jüdinnen und Juden in Deutschland vertritt. Hallo Hanna. Hi. Dann ist bei uns Josephine Abrecu. Josephine beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Rassismus in Deutschland, hat auch einige Bücher dazu geschrieben. Und ist, und das muss ich jetzt nachlesen, Gründerin des Instituts für Diskriminierungsfreibildung in Berlin. Hallo Josephine, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Was genau machst du da in Berlin, wenn du dich gegen Rassismus engagierst? Vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in der Bildungspolitik. Also nicht direkt in der Bildungspolitik im Sinne von Parteipolitik, sondern ich mache seit vielen Jahren Bildungsarbeit zum Thema Rassismus und Rassismuskritik. Und im Grunde habe ich angefangen vor ungefähr 15 Jahren, indem ich mich beschäftigt habe mit der deutschen Kolonialgeschichte. Einmal in meinem Studium, aber eben auch in Form von Rundgängen. Das heißt, ich habe ganz viel Stadtrundgänge gemacht mit Personen, die sich für die deutsche Kolonialgeschichte beschäftigt haben. Und darüber bin ich im Grunde eingestiegen in die rassismuskritische Bildungsarbeit. Das heißt, ich habe mit Lehrkräften gearbeitet beispielsweise. Josephine, wir haben es gerade gesehen. 20 Prozent Umfrageergebnisse für die AfD bundesweit. In den ostdeutschen Bundesländern zum Teil bei 30 Prozent. Und da handelt es sich ja um eindeutig rechtsextremistische Parteigliederungen der AfD. Wie groß sind die Sorgen, die du dir machst angesichts dieser Entwicklung, angesichts dieser Zahlen? Ich glaube, es ist so eine komische Mischung aus mehreren Dingen. Einerseits, glaube ich, mache ich mir aktuell nicht mehr Sorgen als vor wenigen Monaten beispielsweise. Und gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem so, dass, weil ich ja beobachte, wie die Gesellschaft sich verändert, weil ich beobachte, wie die Parteipolitik sich aktuell verändert, ja insgesamt sozusagen, also auch offensichtlich parteipolitische Positionen der AfD auch bei anderen Parteien sozusagen vertretbar scheinen. Ich glaube, ich bin nicht in so einem komischen Zwischenmoment von, ich nehme wahr, es findet eine krasse Veränderung statt. Ich weiß auch von Freundinnen von mir, von anderen Menschen, die aktivistisch tätig sind, von Menschen, die auch in ähnlichen Bildungszusammenhängen tätig sind, wie es bei mir der Fall ist, dass sie schon auch wirklich am eigenen Körper wahrnehmen, das Klima hat sich verändert. Das heißt, am eigenen Körper wahrnehmen. Am eigenen Körper wahrnehmen heißt, das Gefühl von Sicherheit nimmt noch weiter ab, als es sowieso schon abgenommen hat. Hanna, gilt es auch für dich und dein Erleben, wenn du an die jüdische Community hier in Deutschland denkst? Leider ja, absolut. Ich habe gerade sehr vieles wiedererkannt von dem, was du angesprochen hast. Vielleicht in meinem Fall, es geht nicht nur irgendwie darum, wie ich persönlich mich fühle, sondern ich bin die ganze Zeit im Austausch mit jungen Jüdinnen und Juden in diesem Land. Es ist meine Aufgabe, ihre Interessen zu vertreten. Und dieses gesellschaftliche Klima und das Gefühl der absoluten Unsicherheit und auch das Gefühl, nicht genügend vom Staat geschützt zu sein gegen diese Entwicklung, das nimmt auf jeden Fall zu. Was ich gerade sehr, sehr stark wahrnehme, ist, dass das Gespräch darüber, ob man wirklich noch eine Zukunft in Deutschland überhaupt hat, unglaublich zunimmt. Das ist eine Entwicklung, die mir krasse Sorgen bereitet, weil dieses Gespräch in den letzten fünf Jahren eigentlich total abgenommen hat, obwohl natürlich die Wahlerfolge der AfD jetzt keine unglaubliche Überraschung für uns sind, sondern das ja sowieso die ganze Zeit im Raum ist und wir wahrnehmen, dass das gesellschaftliche Klima sich Stück für Stück immer schlechter für uns wird, ist es keine krasse Überraschung. Also ich meine, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus hat es davor schon gegeben. Es war Teil unserer Lebensrealität. Aber vielleicht hat sich daran was verändert, dass es heute sichtbarer geworden ist, dass die Leute weniger Hemmungen in der Partei zu wählen, die für einen völkischen Nationalismus steht, die für im Kern rassistische Positionen steht, die ja dann auch im Kern antisemitisch sind. Absolut. Diese Grenzen des Sagbaren, die Grenzen dessen, was irgendwie... Also ich meine, es gibt so einen krassen Unterschied, glaube ich, zwischen dem, was im politischen Raum in Deutschland passiert und was im privaten... Man hat häufiger den Eindruck, dass in Deutschland eine starke Sensibilität herrscht, wenn wir über Antisemitismus sprechen. Die gilt aber, wenn, dann für den politischen Raum. Im privaten Raum lebt antisemitische Narrative, die leben die ganze Zeit fort. Die hat es vor 1933 und nach 1945 in diesem Land gegeben. Es gibt eine Kontinuität dessen. Und ich glaube, dass diese Narrative, die bisher nicht offen oder seltener offen geäußert werden konnten, jetzt sozusagen immer freier geäußert werden können, weil man selbst im Bundestag eine Partei hat, die das Ganze anfeuert. Ja, ist ganz interessant. Es gibt ja eine neue Studie der Uni Leipzig, die nochmal vor allem mit dem Blick auf die ostdeutschen Bundesländer geschaut hat, inwieweit sich antisemitische und rassistische Stimmungen oder Auffassungen in der Gesellschaft verfestigt haben oder sogar anwachsen. Das Interessante dabei ist, dass der Anstieg eigentlich gar nicht so hoch ist, aber dass sich das heute in Wahlergebnissen ausdrückt, dass es sich heute im öffentlichen Diskurs viel deutlicher zeigt. Also das sind ja manifeste antisemitische Haltungen, manifeste rassistische Haltungen, ausländerfeindliche und ausländerinnenfeindliche Haltungen in allen ostdeutschen Bundesländern da. Das heißt, ist das eine Entwicklung, würdest du das sagen, Josephine, die eigentlich jetzt durch Wahlergebnisse nur deutlicher sichtbar geworden ist, aber eigentlich immer da war? Auf jeden Fall. Ich würde es tatsächlich genauso kurz machen. Ich glaube, hier passiert nichts Neues, sondern im Grunde ist es so, dass Menschen, die diese, ja ehrlicherweise, faschistischen Einstellungen haben, im Grunde einfach eine Partei haben, die sie wählen können, von der sie sich vertreten fühlen. Ich glaube, das ist sicherlich der große Unterschied. Und was ich aber tatsächlich auch wahrnehme, und das finde ich wirklich auch wichtig zu sagen, also die AfD ist ja aktuell gemeinsam mit der CDU die stärkste Partei. Und das finde ich wirklich auch wichtig nochmal zu unterstreichen. Das heißt, wir haben hier zwei Parteien, die in vielen Situationen aufgefallen sind, eben durch nicht nur konservative, nicht nur rechtskonservative, sondern bis hin zu faschistoiden Ideen. Was meinst du konkret? Damit meine ich konkret, dass, vielleicht ein Beispiel, an das ich immer denken muss, weil mir das ein Freund erzählt hat, der ganz lange Pressearbeit gemacht hat, für die CDU zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, und der mir gesagt hat, dass ein großer Teil seiner Herausforderung ist, dass er regelmäßig Presse-Nachrichten schreiben muss, dafür, dass die CDU und die AfD sich da regelmäßig treffen und austauschen. Und das ist schon Jahre her. Also ich würde sagen, ich muss kurz drüber nachdenken, das wird so 2014 gewesen sein. Also einen Austausch hat es offensichtlich schon gegeben. Und es verschiebt sich ja, wie gesagt, gerade dahin, dass offensichtlich auch größere Parteien denken, okay, wenn wir diese WählerInnen schafft zurückbekommen wollen, dann müssen wir überlegen, wie passen wir unsere Programme an. Das ist die politische Seite, über die wir gleich noch ein bisschen vertieft reden werden, wo da die Kräfte eigentlich sind, die das in euren Augen unterstützen. Was ist die Alltagsseite jetzt, wenn wir sagen, es wird durch die Umfrageergebnisse sichtbar, es wird durch Wahlergebnisse sichtbar, wird es auch durch Alltagserfahrungen sichtbar? Ändert sich auch was im, ich sag mal, im weitesten Sinne Alltagsrassismus in dem Bereich? Also erlebt ihr das auch anders? Erlebt ihr Stimmungen anders? Erlebt ihr Anfeindungen anders? Ich finde, das ist eine, ich kann es besser nicht sagen, aber ich finde, es ist eine komplexe Frage. Also ich beziehe mich jetzt in meinem Fall auf 2020. Die Black Lives Matter Bewegung hat erstmals in Deutschland Erfolg gehabt. Ich zum Beispiel war schon 2016 und 2017 in mehrere Demonstrationen in Berlin involviert. Da waren es, lassen wir es 1500 Leute sein. Und dann 2020 waren es ungefähr 25.000 Menschen, die in Berlin auf die Straße gegangen sind. Und der Diskurs insgesamt auch in den Medien war einer, wo wir uns aktiv sozusagen mit Weißsein, mit kritischem Weißsein, mit Rassismus beschäftigt haben. Die Bücher von Tupoca Oguette, von Alice Hasdas zum Beispiel, sind in dem Zusammenhang Bestseller geworden. Das Buch von Tupoca Oguette gab es übrigens schon drei Jahre davor, nur um das mal zu veranschaulichen. Und was ich wahrnehme ist, dass, und auch gerade in meiner Bildungspraxis, dass es einerseits Menschen gibt, die stärker wahrnehmen, okay, wir müssen schauen, wie wir eigentlich eintreten, genau gegen solche Ideologien. Und Menschen gibt, die auch in der Lage sind, sich besser auszudrücken, die wegkommen von rassistischen Fremdbezeichnungen. Und aber, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt davon, dass diese Diskurse sich ja in gewisser Weise auch angeeignet werden. Das heißt, dass sie teilweise ausgehöhlt sind und leer sind. Das heißt, es findet keine wirkliche Veränderung statt, sondern Menschen können sich so ausdrücken, dass sie vielleicht sicher fühlen. Aber dieses Gefühl von Sicherheit nimmt parallel ab. Wie ist es zu erklären, du hast Black Lives Matter ja gerade angesprochen, wie ist es zu erklären, dass so eine Bewegung, die ja vor ein paar Jahren hier deutlich sichtbar geworden ist, eigentlich heute gar nicht mehr so deutlich sichtbar ist, zumindest medial auch nicht mehr sichtbar ist, auf den Straßen auch nicht mehr so sichtbar ist. Wie ist es zu erklären, dass wir auf der einen Seite so einen Zuwachs an sichtbarem Rassismus im Land haben und auf der anderen Seite der sichtbare Antirassismus so leise geworden zu sein scheint? Ich glaube, es ist im Grunde das Wort der Stunde. Es ist, glaube ich, wir sind mitten im Backlash. Ich kann es mir anders nicht erklären. Also ich glaube, dass relativ schnell eine Ermüdung einsetzt und ich glaube, die Herausforderung, die im Hinblick auf diese Themen ja insgesamt besteht, ist, dass sie als Trendthemen behandelt werden. Das heißt, sie werden medial aufgegriffen, eben weil sie in diesem Moment als relevant wahrgenommen werden, weil wahrgenommen wird, dass damit Zeitschriften verkauft werden können, als ein Beispiel. Hanna, erlebst du das auch so am Beispiel oder im Bereich Antisemitismus im Land? Absolut. Ich glaube, eine Erfahrung, die alle jungen Jüdinnen und Juden, die in der Öffentlichkeit als Jüdinnen und Juden auftreten, die gegen Antisemitismus kämpfen, aktivistisch aktiv sind und so weiter, die all diese Personen teilen, ist, dass man dann relevant ist, wenn gerade wieder was passiert ist. Sehr gutes Beispiel, nach Halle haben all unsere Telefone durchgeklingelt, unsere Postfächer waren voll mit Anfragen und es ist nach jedem antisemitischen Vorfall, nach jeder antisemitischen Tat, die etwas größer ist, immer wieder das Gleiche und dann verstummt es wieder. Und ich glaube, vielleicht um auch noch mal darauf einzugehen, dass man einerseits irgendwie, dass der Rechtsdruck immer weiter zunimmt und man das Gefühl hat, dass die Stimmen leiser werden, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auch diese Fatigue noch mal hervorzuheben. Diese Ermüdung. Diese unglaubliche Ermüdung dessen, was es bedeutet, wenn wir über persönliche Erfahrungen sprechen und vor allem das Leben von jungen Menschen, was für eine Belastung das sein kann. Und eigentlich immer ist, wenn man nicht nur irgendwie mit den Problemen und Herausforderungen umgehen muss, die man sowieso als junge Person schon hat, aber dann gleichzeitig noch mit Rassismus, Antisemitismus kämpfen muss, dann wahrscheinlich noch mit anderen Diskriminierungsformen, weil sich das häufig überschneidet und sich Gedanken darüber machen muss, wo habe ich eigentlich überhaupt eine Zukunft. Wie schafft man es, dieser Ermüdung gegenzuwirken? Was ist eine Idee dafür? Also wie schafft man es, dass man die Leute auf die Straße bringt? Wie schafft man es, dass die Leute sich zu Wort melden? Wie schafft man es, Bündnisse zu schmieden? Ich wünsche, ich hätte eine perfekte Antwort dafür. Auch ich habe natürlich keine perfekte Formel, so geht das, sondern ich glaube, das ist etwas, was man Tag für Tag wieder machen muss, woran man jeden Tag neu arbeiten muss. Und ich glaube, viele von uns haben auch das Gefühl, dass wir einfach keine andere Wahl haben. Also dieser Ausnahmezustand, der eigentlich immer da ist, der bringt einen dazu, wenn die eigene Zukunft auf dem Spiel steht, dann ist es keine Entscheidung mehr, die man trifft, ob man auf die Straße geht oder nicht, sondern man weiß, und das zeigt uns die deutsche Gesellschaft leider auch immer wieder, wenn wir es nicht machen, können wir nicht sicher gehen, dass es jemand anders für uns machen wird. Das ist ein interessanter Punkt. Fehlen die Bündnispartner der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus? Also fehlen die Partner, die, sage ich mal, sonst eher in der Weißen Mehrheitsgesellschaft vertreten sind als Bündnispartner? Gibt es nicht NGOs, zivilgesellschaftliche Organisationen, Parteien? Ich meine, rein programmatisch gibt es ja einige, die sich deutlich zu Wort melden. Aber was fehlt da genau an breiter Unterstützung aus der Mitte der Gesellschaft? Ich glaube, das Problem ist, dass diese, also es gibt auf jeden Fall BündnispartnerInnen, auf die wir zählen können, die da sind, die mit uns gemeinsam mobilisieren und so weiter und so fort. Und es werden mit der Zeit eigentlich auch eher mehr als weniger. Ich glaube, das Problem, dem wir begegnen, ist, wenn man in dieser politischen und aktivistischen Babel unterwegs ist, hat man das Gefühl, da passiert total viel, es gibt viele Menschen, die wir uns verlassen können. Und dann verlässt man diese Bubble und merkt, wie sehr man eigentlich in dieser Blase lebt. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie es ist, als von Rassismus oder von Antisemitismus betroffene Personen in diesem Land zu leben, die nicht verstehen, was diese Wahlerfolge der AfD für Teile dieser Bevölkerung, die eben von der menschenfeindlichen Ideologie dieser Partei als erstes leiden werden, was das für uns bedeutet. Und ich glaube, das ist das Problem, dass es kein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, kein gesamtgesellschaftliches Umdenken, sondern es ist leider am Ende des Tages doch nur ein Bruchteil, der dagegen Widerstand leistet. Und das ist nicht genug. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass gerade beim Thema Antisemitismus so viel vermischt wird in der politischen Debatte, dass dann über den islamistischen oder muslimischen Antisemitismus gesprochen wird, um über den eigenen Antisemitismus nicht sprechen zu müssen? Das hat bestimmt damit zu tun. Ich glaube, an erster Stelle hat es damit zu tun, dass wenn wir über Antisemitismus sprechen, die meisten Menschen eigentlich nicht genug wissen darüber, wie Antisemitismus funktioniert und ihn dementsprechend nicht erkennen können und davon ausgehend natürlich auch nicht handeln können. Kannst du das mal konkretisieren? Was ist so ein Punkt, wo du sagst, da fehlt der deutschen Mehrheitsgesellschaft grundlegendes Wissen? Ich glaube, wenn wir zum Beispiel so einen deutschen Bildungsweg angucken und wenn wir uns angucken, was weiß man über Jüdinnen und Juden und über Antisemitismus, wenn man in Deutschland die Schule verlässt, dann weiß man, es gab Antisemitismus in Deutschland von 1933 bis 1945, danach gab es die sogenannte Stunde Null, das wird ja auch rein sprachlich mit Stunde Null vermittelt, das war es dann. Und danach war alles wieder gut und davor war alles wieder gut. Dann wurden Schlussstriche gezogen. Genau, dann gab es einen Schlussstrich und seitdem sind wir eine Gesellschaft, die sich dem Nivida verschworen hat. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass man überhaupt keine lebendigen Jüdinnen und Juden in der Regel kennenlernt, sondern das Einzige, was man mit Jüdinnen und Juden assoziiert, das sind die Bilder, die man im Schulbuch sieht von irgendwelchen KZs und Leichenbergen, um das mal so radikal zu sagen. Und ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, man versteht die Kontinuität nicht. Man versteht nicht Antisemitismus in der Form, wie die Nationalsozialisten ihn gelebt und verbreitet haben. Da konnte nur in einem Land entstehen, das einen perfekten Nährboden dafür geschaffen hat. Und auch nach 1945 waren Nazi-Größen in Machtpositionen in diesem Land. Und eigentlich müssen wir uns überhaupt nicht wundern, dass die AfD diese Wahlerfolge erzielt, die sie aktuell erzielt. Das entsteht nicht im luftleeren Raum. Aber hast du nicht den Eindruck, oder zumindest ist es mein Eindruck aus dem Erleben dieser Republik, dass es immer mindestens zwei große Strömungen gab? Es gab die Strömung der Kontinuität, die du angesprochen hast. Das sind die Menschen, die in politische Ämter gekommen sind. Das sind die Leute, die in der Nachkriegszeit die Justiz vor allem auch sehr stark geprägt haben, die in den Institutionen weiterhin maßgeblich geblieben sind. Aber dann gab es ja auch so etwas wie 1968. Das heißt, es gab ja auch eine starke Bewegung in diesem Land, die versucht hat, sich dagegen aufzulehnen, die nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg versucht hat, als Bekenntnis dieser Republik neu mit Inhalt zu füllen. Und es gab ja dann doch auch breite Strömungen, die versucht haben, nicht nur mit dem Blick zurück, sondern auch mit dem Blick, was Antisemitismus und Rassismus in dieser Gesellschaft bedeutet, für eine andere Politik zu stehen. Macht dir das nicht auch Hoffnung, dass es auch das in diesem Land gibt? Oder warum, glaubst du, reicht das nicht? Sicher macht. Also ich glaube, dass beides parallel existieren kann und tatsächlich auch existiert. Natürlich sehen wir in diesem Land viele Menschen, die von der eigenen Familienbiografie ausgehen, sagen, dass es ihnen ein Anliegen ist, gegen Antisemitismus in diesem Land zu kämpfen. Was mir häufig fehlt, ist die Auseinandersetzung mit der Frage, für wen macht man das? Weil, wenn wir uns beispielsweise so einen 27. Januar anschauen, ich sage immer wieder, für mich ist das kein Tag der Trauer. Jüdinnen und Juden haben in dem Kontext ihren eigenen Tag, das ist ja um Haschoa. Für mich ist das ein Tag der Wut, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten nie wieder, die an diesem Tag fallen, dass es da überhaupt nicht um diejenigen geht. 27. Januar, weil nicht alle wissen, Befreiung. Genau, das ist der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Ich habe das Gefühl, dass diese vielen nie wieder, die an diesem Tag erklingen, dass es da mehr darum geht, sich selbst zu beweisen, man ist heute wieder gut geworden. Und so etwas wäre in diesem Land gar nicht mehr möglich. Und wie gesagt, wiederum, nur im politischen Raum, im privaten Raum sieht es ganz anders aus. Ich glaube, im privaten Raum beschäftigen sich sehr wenige damit. Was hat mein Opa gemacht? Was ist meine Verantwortung? Das sind am Ende des Tages kleine Teile dieser Gesellschaft. Ja, das ist interessant. Ich habe die Gespräche auch oft mit vielen und habe gesagt, hast du mal tatsächlich dich mit deinem Vater oder deinem Großvater auseinandergesetzt? In meiner Generation sagen viele, ja, jetzt sind sie tot. Und dann sage ich, naja, aber wenn sie noch leben, und es gibt ja auch noch die Nachkriegsgeneration, die auch viel von den Eltern mitbekommen hat, die große Bereitschaft, sich in den Familien, in den Biografien damit auseinanderzusetzen, ist eigentlich immer noch erstaunlich gering. Auch bei denen, die eigentlich von sich behaupten, dass sie sehr aufgeschlossen sind, was das Thema angeht. Also jetzt nicht von rechts kommen, sondern dass es immer noch so ein Thema ist, oder ja, immer noch ein Thema ist, mit dem man sich entweder nicht auseinandersetzen will oder auch nicht neu auseinandersetzen will. Ich will mal so ein paar Zahlen sagen, um das zu verdeutlichen, aus der Leipzig-Studie, die ich angesprochen habe, weil mich das schon echt erstaunt hat. Also da sagen, das sind jetzt Zahlen aus Ostdeutschland, da wird immer unterschieden, sind das manifeste oder latente Überzeugungen. Manifests sind die Überzeugungen dann, wenn die Leute sagen, ich stimme dem voll und ganz oder überwiegend zu. Latent ist es, wenn man sagt, ich stimme dem teilweise zu. Und dann sagen tatsächlich rund 34 Prozent der Ostdeutschen, latent oder Manifest, der Einfluss der Juden sei heute zu groß. In Thüringen liegt die Zahl bei fast 40 Prozent. Und auch fast 30 Prozent, also rund 29 Prozent, das ist fast jeder Dritte, sind in Ostdeutschland der Meinung, Juden passen nicht so recht zu uns. Ehrlich gesagt, das ist jetzt Ostdeutschland, das ist der Teil der Republik, die eigentlich den Antifaschismus für sich immer ganz besonders in Anspruch genommen hat. Das zeigt, dass über die Jahre hier nicht nur wenig geschehen ist, sondern sich solche Auffassungen auch unter Jüngeren verfestigt haben. Muss uns das nicht doch noch viel größer Sorgen machen, als das, was die Wahlergebnisse im Einzelnen zum Ausdruck bringt? Ich habe jetzt mehrere Gedanken dazu. Also ich glaube, das eine ist auch wichtig, weil du den Antifaschismus in der DDR angesprochen hast. Ich glaube, das ist eine Geschichte, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. In der DDR hat man den, es hat ja eine Universalisierung des Opferseins stattgefunden, weil alle Antifaschisten waren, waren alle Opfer des nationalsozialistischen Regimes. Und ich glaube, das ist eine sehr spezifische Geschichte, mit der wir uns viel zu wenig auseinandersetzen, die natürlich auch zugrunde legt, dass diese Entwicklungen in den Ostbundesländern jetzt so stattfinden. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Herausforderung für die nächsten Jahre, dass gerade unter jüngeren Menschen diese Narrative so stark verbreitet sind. Und es ist kein Wunder, dass die AfD diese Wahlerfolge erzielt, weil genau diese Narrative und diese antisemitischen Verschwörungserzählungen von den übermächtigen Jüdinnen und Juden, die insgeheim das Land kontrollieren würden, die Verschwörungserzählung von dem großen Austausch, die Antisemitismus und Rassismus ja auch nochmal zusammenbringt, all das sind Dinge, das sind Narrative, an denen sich die AfD seit Jahren bedient und die sie seit Jahren verbreitet. Und die trotzdem von sich behauptet, wir sind ja keine antisemitische Partei, wir stehen ja an der Seite Israels. Ganz genau. Und das ist genau der Punkt, auf den du vorhin angesprochen hast, auf den ich vergessen habe einzugehen, dieses Externalisieren der Schuld, dieses Externalisieren der Täterschaft, das ist etwas, was die AfD die ganze Zeit macht. Beatrix von Storch stellt sich am 9. November, Jahrestag der Reichspogromnacht, in den Bundestag und wagt es, eine Rede darüber zu halten, dass die AfD die einzige Partei ist, die Jüdinnen und Juden in diesem Land schützen kann, weil sie diejenigen sein, die die Ausländer wieder aus Deutschland rauswerfen werden. Und das ist ein Narrativ, was unglaublich gefährlich ist, aber ich glaube, da ist wichtig zu sagen, dass alle jüdischen Organisationen und Institutionen eigentlich da eine geeinte Front bilden. Es wird nicht mit der AfD zusammengearbeitet. Es gibt keine Kooperationen, keine Gespräche, nichts mit der AfD. Es gibt eine kleine Spaltergruppe, die sich die Juden in der AfD, die immer wieder als dann sozusagen von der AfD benutzt werden, wenn es jüdische Kritik an der AfD gibt. Aber eigentlich stehen wir da als geeinte Front da. Das heißt, es ist auch deutlich oder wichtig für dich und für viele Organisationen deutlich zu machen, den Antisemitismus, den offenen und verkappten Antisemitismus, der ja in diesem völkischen Nationalismus der AfD drinsteckt, der in diesen Ideen von großem Austausch, wie du es gesagt hast, drinsteckt, den auch immer wieder deutlich zu machen, um auch hier, glaube ich, für eine Gesellschaft in der Mitte deutlich zu machen, die Behauptung dieser Partei, sie würde an der Seite der Juden und Jüdinnen stehen, ist eine Verlogene und die jüdischen Gemeinden und die jüdischen Organisationen stellen sich dem nicht zur Verfügung. Ja, es gibt auch, was das Thema Rassismus angeht, Zahlen, die mich tatsächlich trotzdem bestürzen, auch wenn man dann sieht, dass sie schon seit vielen Jahren so hoch sind. Aber wenn dann in Ostdeutschland 61, tatsächlich 61,4 Prozent der Deutschen latent oder manifest der Aussage zustimmen, die Bundesrepublik sei durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Ich meine, das sind zwei Drittel der Leute, die zumindest sagen, sie stimmen dieser Aussage teilweise zu. Wie erlebt man, wie erleben Menschen, die von Rassismus betroffen sind, den Osten dieses Landes? Also, ich habe ja immer mal auch Anfragen, ob ich, keine Ahnung, einen Workshop in Thüringen machen kann. Ich hatte schon Situationen, wo ich gebeten worden bin, mit dem Bus hinzufahren und nicht das Taxi zu nehmen, um Geld zu sparen. Und für mich ist total klar, in diese Gefahr bringe ich mich nicht. Und ich finde es so wichtig, also das wirklich auch explizit so zu sagen, weil es, und ich sage das aus einer schwarzen Perspektive, ich kann nicht einschätzen, wie das für Menschen mit anderen Positionen im Zusammenhang mit Rassismus ist. Ich kann es wirklich spezifisch aus meiner Perspektive sagen, unterstelle aber, dass es anderen wahrscheinlich nicht völlig anders geht, dass es viele Gegenden in Deutschland gibt, in die ich nicht fahren würde. Nicht einfach so, auf gar keinen Fall allein. Und das finde ich wirklich wichtig, auch noch mal so zu verdeutlichen, einfach um klarzumachen, ich und viele andere, wir schränken unseren Alltag sowieso schon ein. Wir überlegen sowieso schon, wie können wir für unsere eigene Sicherheit eintreten. Eben genau aus dem Grund, den du auch gerade angesprochen hast. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir sowohl durch die Gesetzgebung, als auch durch die Umsetzung der Gesetzgebung, als auch durch politische Parteien angemessen geschützt werden. Das heißt, wir fragen uns natürlich schon auch selbst, wie können wir uns schützen. Und vielleicht noch auch mit Blick auf die Zahlen, und ich glaube, das ist relevant im Hinblick auf die Zahlen zu Antisemitismus und auch im Hinblick auf die Zahlen zu Rassismus. Im letzten Jahr beispielsweise ist eine Studie veröffentlicht worden, die aufzeigt, dass ungefähr 50 Prozent der Menschen in Deutschland davon ausgeht, dass es vermeintlich biologische Menschenrassen gibt. Hast du das Gefühl, dass das Thema Rassismus hier in seinen tatsächlichen Ausbreitungen, auch in der konkreten Bedrohung für so viele Menschen in diesem Land, und über Ostdeutschland haben wir ja gerade gesprochen, von der Gesellschaft überhaupt erkannt wird? Oder dass es eher so von der Mehrheitsgesellschaft als ein lästiges Problem einer Minderheit im Land angesehen wird? Ich glaube, letzteres. Und ich glaube, in gewisser Weise ist auch da eine Überschneidung zwischen uns beiden. Denn eben weil, wenn wir über Rassismus sprechen, wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann machen wir das im Normalfall dann, wenn sozusagen die krassesten Stufen der Gewalt erreicht sind. Wir machen das eben nicht mit Blick auf die Struktur. Und die Tatsache, dass wir das immer und immer und immer wieder so wiederholen, erlaubt ja Menschen zu glauben. Es ist nicht Teil der Struktur, sondern erlaubt Menschen zu glauben, dass Rassismus, und das gilt für Antisemitismus, würde ich sagen, genauso, am Rand der Gesellschaft verortet sind, bei denjenigen, die Absichten sozusagen verfolgen. Du bist ja aktiv in der Bildungsarbeit. Das heißt, du hast viel auch mit nicht nur Erwachsenen, sondern auch jüngeren Menschen zu tun. Hast du das Gefühl, das bewirkt was, dass man mit einer konsequenteren Bildungsarbeit Leute tatsächlich noch erreicht? Weil ich habe manchmal so die Zweifel, wenn ich sehe dann diese Zahlen, über die wir gerade diskutiert haben, wenn ich sehe, dass das seit 20 Jahren, eigentlich prägende Auffassungen jetzt nicht nur im Osten des Landes, sondern durchaus auch in vielen Gegenden in Westdeutschland. Das soll man ja nicht kleinreden. Hast du das Gefühl, das bringt dann was, wenn sich solche Haltungen so manifestieren, wie wir es jetzt erleben, am Beispiel der Umfragen, die die Leipziger Studie gemacht hat? Also ehrlicherweise muss ich ja sagen, ich arbeite mit Leuten zusammen, die sich absichtsvoll mit dem Thema Rassismuskritik beschäftigen wollen. Das heißt, ich treffe ja in der Regel gar nicht auf Leute, die solche Aussagen so treffen würden. Aber wäre das nicht wichtig, dass Bildungsarbeit nicht viel stärker an diese Brennpunkte muss, dass Bildungsarbeit dann auch stärker in die Provinzen nach Brandenburg oder Sachsen-Anhalt gehen muss? Also fehlt da was? Ja, aber ich frage mich in dem Zusammenhang, in welcher Pflicht da vielleicht auch die schulische Bildung steht. Also mal unabhängig sozusagen von all den freiwilligen Angeboten zu überlegen, wenn es eine Schulpflicht in Deutschland gibt, wie können wir eigentlich dafür Sorge tragen, dass diese Themen, die zentral sind, auch für die Lebensrealität ja von vielen SchülerInnen im Übrigen, und auch hier gibt es Studien noch und nöcher, die belegen, dass SchülerInnen, die von Rassismus betroffen sind, viel auch Benachteiligung im Zusammenhang mit der Schule erfahren, durch schlechtere Benotungen bei gleicher Leistung, durch schlechtere Übergangsempfehlungen. Dann, glaube ich, macht es durchaus Sinn, auch bei der Schule anzusetzen und zu überlegen, wie können eigentlich Lehrpläne gestaltet sein, wie können eigentlich Unterrichtsmaterialien gestaltet sein, um genau sozusagen diese Verwobenheit aufzugreifen. Also um genau aufzugreifen, inwiefern zum Beispiel der deutsche Kolonialismus im Geschichtsunterricht relevant ist für die Gegenwart. Oder fehlt es an Empathieschulung auch? Ich habe oft das Gefühl, in Schulbüchern oder in der Bildungsarbeit wird viel vermittelt, aber Erfahrungsberichte von Menschen, die von Rassismus oder Antisemitismus betroffen sind, in den Schulen, die da reingehen, die den Leuten noch mal klar machen, was das eigentlich bedeutet, findet in meinen Augen sehr wenig statt. Also früher gab es das noch mit den Zeitzeugen, die in die Schulen gegangen sind, aber Leute, die heute davon betroffen sind, die heute von ihren Erfahrungen erzählen, die den Leuten, vor allem den Jüngeren, auch klar machen, wie menschenverachtend und verletzend das sein kann, fehlt es daran? Ich bin da zwiegespalten. Also in den Erziehungswissenschaften ist relativ klar, dass zum Beispiel Bilder von Leichenbergen nicht dazu beitragen, dass Menschen empathischer oder sensibler werden, sondern eigentlich eher abgestumpft sind gegen die Gewalt, die durch Antisemitismus und Rassismus reproduziert wird. Ich meinte ja auch durch individuelle Erziehung. Genau, und gleichzeitig, und das ist genau der Punkt, und gleichzeitig, ich würde sozusagen so ein bisschen ausweichen wollen, und gleichzeitig glaube ich, dass zum Beispiel rassismuskritische Bildung auf jeden Fall auch eine emotionale Bildung ist, weil es ja darum geht, wahrzunehmen, in welchen Momenten kommt eigentlich Abwehr auf, wie sieht die eigentlich konkret aus, wo sind sozusagen die Teile von meinen Emotionen, wo ich behaupte, das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, das aber eigentlich dafür sorgt, ich muss mich jetzt hier mit diesem Thema nicht mehr befassen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert darüber, dass Personen ihre eigenen Geschichten erzählen, was ich aber glaube ist, dass wir einfach insgesamt, also ich gehe nochmal zurück auch zur schulischen Bildung, eine klarere Haltung haben müssen im Hinblick auf Rassismuskritik. Und nur mal so, in der Lehrkräfteausbildung ist es überhaupt nicht notwendig, sich mit Diskriminierungskritik im Allgemeinen, und damit meine ich gar nicht nur Rassismus, zu befassen. Und das ist doch ziemlich atemberaubend, wenn wir überlegen, dass Lehrkräfte mit SchülerInnen arbeiten müssen, die aber von all diesen Dingen negativ betroffen sind. Ja, das stimmt allerdings. Gilt das auch für das Thema Antisemitismus? Du hast so genickt. Ja, ja, ich wollte, genau, gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir sehr, ja, irgendwie immer wieder dran sind, dass es kein verpflichtendes Modul gibt für angehende Lehrkräfte, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man junge Jüdinnen und Juden beispielsweise fragt, was ist so der Raum, in dem wir am meisten Antisemitismus erlebt haben, dann ist der Raum Schule, dann ist der pädagogische Raum auf jeden Fall so, ja, einer der Brennpunkte sozusagen, wo die meisten antisemitischen Erfahrungen stattfinden, gerade in einem Alter, in dem das unglaublich viel für deine persönliche Entwicklung bedeutet. Und das Problem ist häufig, also einerseits geht Antisemitismus nicht notwendigerweise nur von den MitschülerInnen aus, sondern häufig auch von den Lehrkräften selbst. B ist, dass Lehrkräfte diesen, wenn er passiert im Klassenraum, entweder überhaupt nicht erkennen und deswegen nicht handeln können oder ihn erkennen und trotzdem nicht wissen, wie sie handeln. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, auch so überhaupt diese Exotisierung, die gleichzeitig durch Lehrkräfte stattfindet. Exotisierung. Exotisierung. Also beispielsweise die Tatsache, dass irgendwie immer wieder das einzige jüdische Kind im Raum das Referat über Auschwitz halten muss oder die ganze Verantwortung dafür bekommt, die Klasse darüber aufzuklären, was es bedeutet, jüdisch in Deutschland zu sein. Das ist ziemlich viel Gewicht auf den Schultern von jungen Menschen und muss eigentlich die Verantwortung der Lehrkräfte sein. Aber wenn die Lehrkräfte nicht geschult sind, um das zu erbringen, dann passiert das auch nicht. Also ja, stimmen die ja wirklich bei allen Punkten zu. Bildungsarbeit ist der eine wichtige Punkt. Der andere, den wir vorhin nur mal angesprochen haben, wo ich gesagt habe, wir kommen gleich noch mal darauf zurück, ist die Frage der politischen Verortung von Antisemitismus und Rassismus in diesem Land. Ihr hattet es vorher angedeutet, dass es auf Seiten der Union da offene Flanken gibt. Ich meine, wir haben das in der Diskussion um Hans-Georg Maaßen bei der CDU erlebt. Wir haben das im Zusammenhang mit der Rede von Frau Pechstein und der Zustimmung von Herrn Merz auf dem CDU-Bundesparteitag mitbekommen oder bei dem Treffen der Partei in Berlin. Jetzt frage ich mich, ist es allein eine Frage der Union und der AfD oder ist es in euren Augen auch eine Frage, die über die beiden Parteien hinausgeht? Und wenn ja, wer ist da in euren Augen von den politisch wichtigen großen Parteien wie gefordert? Also ich würde vielleicht so rum. Es geht in jedem Fall über die beiden Parteien hinaus und ich glaube, genau darin besteht ja auch das Problem. Also wir können auch ein bisschen zurückschauen und ich glaube, das macht sicherlich auch Sinn. Ich denke direkt an Thilo Sarrazin, SPD zum Beispiel. Also Personen, die solche Haltungen salonfähig machen, gab es und gibt es in allen Parteien. Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung. Ich denke an Sarah Wagenknecht, ich denke an Boris Palmer. Also ich glaube, wir haben hier ein grundsätzliches Problem und ich glaube, da müssen wir nochmal rekurrieren, auch zu dem, wovon wir beide ja gerade schon gesprochen haben. Es braucht eigentlich ein strukturelles Verständnis von Rassismus und Antisemitismus, dem Nachwirken bis in die Gegenwart. Und wie sich das auch darin äußert, dass wir zum Beispiel Diskurse haben von sogenannten ProtestwählerInnen. Weil genau das ist ja das Problem, dass es eine Bagatellisierung gibt von den Menschen, die vermeintlich nicht wissen, wen sie wählen sollen, die aber sehr absichtsvoll eine faschistische Partei wählen. Was ich in dem Zusammenhang mit der Leipzig-Studie interessant fand in Ostdeutschland, die Partei, die nach der AfD am meisten rassistische und antisemitische Positionen vertritt, wenn man auf die Wähler guckt, also weil die haben auch gefragt, in welchen Wählerschichten ist es am stärksten vertreten, war es nach der AfD eben nicht die Union, sondern die SPD. Natürlich mit weitem Abstand, aber was erzählt uns das? Also ich glaube, im Fall von Antisemitismus ist ganz, ganz klar und wichtig zu sagen, und das geht, glaube ich, auch im Diskurs der letzten Wochen häufiger unter, Antisemitismus ist kein Phänomen der Länder. Antisemitismus zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, es zieht sich durch die Mehrheitsgesellschaft wie auch durch Minderheiten, es ist überall und vor allem auch in der Mitte der Gesellschaft fest verankert. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass Antisemitismus ganz häufig unterbewusst da ist. Also dass es etwas ist, womit wir aufwachsen, was wir aufnehmen und was wir auch unterbewusst häufig durch Codes kommunizieren, ohne uns dessen überhaupt bewusst zu sein, dass wir gerade antisemitisch sind. Und wenn wir uns die politische Landschaft anschauen, kann ich dir nur recht geben, ich glaube, es gibt keine Partei, bei der wir nicht klare Beispiele haben, wo auf jeden Fall Probleme da sind. Jetzt abgesehen von der AfD, die strukturell und durch und durch antisemitisch ist, haben wir in jeder anderen Partei Probleme mit Antisemitismus, die wir als jüdische Studierendenunion auch immer und immer wieder adressieren. Und trotzdem würde ich das auf keinen Fall auf eine Stufe mit der AfD stellen, weil die AfD ideologisch sehr viel gefährlicher ist als jede andere Partei. Dem stimme ich zu. Und trotzdem hat man ja insbesondere in Ostdeutschland beim Versuch jetzt an die Wählerpotenziale wieder ranzukommen und zu sehen, dass man ja durchaus im eigenen Bereich der Wähler auch solche Auffassungen hat, die vertreten sind, den Eindruck, dass da jetzt in den nächsten Landtagswahlen, in den nächsten Jahren, die anstehen, möglicherweise es doch nochmal zu Verschiebungen kommen könnte. Und dass all die Versuchungen dieser Ränder auch in den Parteien, Sarrazin wurde angesprochen, Boris Palmer wurde angesprochen, im Osten womöglich noch stärker werden könnten, weil auch Leute in der Gesellschaft und in den Parteien vor allem sich unter Druck gesetzt fühlen, diesen Positionen irgendwas geben zu müssen, um an Wahlerfolge ranzukommen. Wie groß seht ihr die Gefahr? Ich glaube, wir sind mittendrin. Also ich glaube, wir sind mittendrin. Und ich finde es total interessant, dass Demokratie in Deutschland genauso funktioniert. Ich habe ein komplett anderes Beispiel, aber vom Prinzip ist es ähnlich. Ich kann mich noch gut erinnern, 2011 bei der Berlin-Wahl hat beispielsweise die CDU überall dafür geworben, für Veränderungen in die Zukunft. Nur im sogenannten afrikanischen Viertel, wo Straßen, die nach Kolonialisten benannt waren, die umbenannt werden sollten, hat die CDU gesagt, gegen Umbenennungen und eine Straße aufs Plakat gehoben, die auf gar keinen Fall umbenannt worden wäre. Und das ist ein total interessanter Punkt. Das heißt, die CDU hat absichtsvoll im Grunde eigentlich eine Angst geschürt vor diesen Straßenumbenennungen und damit unendlich viele WählerInnen abgegriffen und im Grunde dafür gesorgt, dass sie mit in Mitte, und das ist nach langer Zeit das erste Mal der Fall gewesen, amtierende Partei war und im Koalitionsvertrag hat festlegen lassen, dass in dieser Legislaturperiode die Straßen nicht umbenannt werden. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Also dass wirklich diese Logik von, wie werden Parteien gewählt, eigentlich sehr stark nach so einem kapitalistischen System funktionieren, nämlich wir müssen sozusagen ein Angebot schaffen, damit Leute überhaupt interessiert sind, bei uns ihre Stimmen zu lassen. Und auf der anderen Seite doch auch ein sehr ritualisierter Auftritt gegen Antisemitismus, ein sehr ritualisierter Antirassismus, der immer dann, wenn es zum Schwur kommt, Straßenumbenennung wurde gerade als Beispiel genannt, eben doch keine konkrete Politik daraus folgen lässt. Ist das auch das, was ihr so erlebt? Also gerade jetzt, wir haben ja eine, dieses Land ist ja so stolz auf seine Erinnerungskultur, das Land ist ja so stolz auf seine Gedenktage, das Land ist ja so stolz darauf, dass es sich so klar offiziell gegen Antisemitismus ausspricht und solidarisch mit Israel erklärt wird, eine Kanzlerin, die das sogar zur Staatsräson des eigenen Landes erklärt hat. Ist es dann doch, ist es ein großer Bruch, der da sichtbar wird für dich? Oder wo du sagst, mein Gott, wie passt das eine eigentlich zum anderen zusammen? Oder passt das doch ganz gut zusammen? Das ist genau das, was ich vorhin erwähnt hatte mit diesem Erinnerungsweltmeister Deutschland, wie du es ja eigentlich gerade beschrieben hast, dass man einerseits sich an Gedenktagen oder eigentlich immer dann, wenn es für das eigene Image gut ist, sich hinstellt, nie wieder sagt, reden hält und so weiter und so fort. Aber dann, wenn es darum geht, tatsächlich konsequent gegen Antisemitismus vorzugehen und konsequent Jüdinnen und Juden zuzuhören und ihre Erfahrungen zu glauben und sie nicht abzusprechen, dann haben wir eine andere Art von Reaktion, als es eigentlich zu erwarten wäre. Ein Beispiel aus einer jüdischen Studierendenperspektive, immer wieder, wenn wir laut werden, merken wir an, vor allem so im kulturellen Bereich sieht man das ganz gut, merken wir immer wieder, dass die erste Reaktion so eine Abwehrhaltung ist. Das heißt, wenn wir zustimmen und Danke Deutschland sagen, ist alles gut und dann sind wir auch gerne willkommen hier, wenn wir laut gegen Antisemitismus werden, dann nicht. Beispielsweise haben wir als jüdische Studierendenunion im vergangenen November ein Theaterstück kritisiert, durch das sich Antisemitismus durchzieht, das Stück Vögel, was in München gezeigt wurde. Die Reaktion war, dass der ehemalige Bürgermeister der Stadt München twitterte, das war um den 9. November herum, dass wir nur nach einem Reizthema zum 9. November gesucht hätten, was wiederum ein antisemitisches Narrativ ist, dass Jüdinnen und Juden Antisemitismus erfinden würden, um das dann als Keule, sogenannte Keule zu benutzen und das Land zu lenken. Also es ist diese Abwehrreaktion, dass man einerseits sich immer dagegen positioniert oder häufig dagegen positioniert, bis es dann dazu kommt, dass man tatsächlich handeln muss. Also erinnern ohne zu handeln, das funktioniert nicht. Oder anders gesagt, man empört sich zu Recht über ein antisemitisches Kunstwerk, auf der Documenta, aber man kommt nicht auf die Idee, was das für die Bildungs- und Kunstarbeit in diesem Land eigentlich bedeuten sollte, wenn es dann eben darum geht, zum Beispiel in Ostdeutschland Antisemitismus in den Schulen ganz anders zu thematisieren, um solche Auffassungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, 30 Prozent, klar, antisemitische Zustimmung zu antisemitischen Äußerungen im Osten tatsächlich anzugehen und im Kern anzugehen. Wir haben über Bildung gesprochen, wir haben über die Parteien gesprochen. Ich würde gerne über die Medien in diesem Land sprechen. Weil das ja keine ganz unwichtige Geschichte ist. Wir haben ja bei beiden großen Themen geradezu Kulturkämpfe, die auch in den Medien ausgetragen werden. Wir haben große Kulturkämpfe, die von rechts in diesem Land geführt werden, die zum Teil von der Springerpresse mit gepusht werden. Wir haben aber auch die öffentlich-rechtlichen Medien und deren Auseinandersetzung oder nicht Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus und Rassismus. Wie erlebt ihr die Medien in diesem Land, wenn ihr, oder vielleicht an dich erst noch die Frage, wenn es um das Thema Antisemitismus geht? Wenn wir über das Thema Antisemitismus und Medien sprechen, dann ist da eine Kritikpunkt, den man äußern kann, dass es meistens nur dann um uns geht, wenn mal wieder was passiert ist, worüber wir auch gesprochen haben, oder dass jüdisches Leben irgendwie auf so eine absurde und unauthentische Weise dargestellt wird meistens, weil man irgendwie gar nicht weiß, also diese Bebilderung, die dann einsetzt, ist einfach total unnatürlich und hat mit echtem jüdischen Leben eigentlich häufig nichts zu tun. Ich stelle die Frage auch vor dem Hintergrund, dass ich den Eindruck habe, dass das, was wir so an Veränderungen, Verschiebungen, Normalisierungsprozessen, das sind ja die Themen, über die wir hier sprechen, in der Gesellschaft erleben, durchaus auch in den Medienbeobachtern, durchaus auch im eigenen öffentlich-rechtlichen Systembeobachtern. Also am Beispiel, dass zunehmend ohne größere Probleme AfD-Politiker in größere Runden eingeladen werden, dass dann doch bestimmten Positionen eine Bühne gegeben wird, dass unter der Vorstellung von Ausgewogenheit hier eine False Balance zwischen klar rassistischen Positionen auf der einen Seite und demokratischen Positionen auf der anderen Seite hergestellt wird. Und dass mit den zunehmenden Wahlerfolgen der AfD das ein Prozess ist, der sich weiter verschärfen wird, weil dann der Druck plötzlich groß wird, oh, wir müssen diese Positionen ja abbilden. Wir haben das gerade beim MDR mitgekriegt, dass ein Moderatorenteam für das Mittagsmagazin nicht mehr diese Sendung moderieren soll, weil sie offenbar zu wenig Ostdeutschland repräsentieren und natürlich People of Color sind, also Leute, die anders aussehen, als sich das vielleicht die Spitze des MDR im eigenen Haus vorstellt. Das sind ja alles Entwicklungen, die wir auch in letzter Zeit beobachten. Wie groß sind die Sorgen, die du dir machst, wenn du dir all diese Sachen anschaust, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und die wir jetzt möglicherweise verstärkt erleben? In gewisser Weise nicht groß, einfach weil ich meine Arbeit mache und die werde ich auch weiterhin machen. Daran wird sich erstmal nicht so super viel verändern. Und trotzdem glaube ich, aber gibt es einen Überschneidungspunkt auch hier zwischen uns. Du hattest vorhin davon gesprochen, dass es Leute gibt, die sich fragen, habe ich hier überhaupt noch eine Zukunft? Und das ist eine Frage, die ich auf jeden Fall wahrnehme, die es in Communities, die von Rassismus betroffen sind, auch gibt. Natürlich ist da immer die Frage, wer hat welche Möglichkeiten, wer hat tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach auszureisen und so weiter. Das ist nochmal auch eine eigene Diskussion und auch eine wichtige Diskussion, finde ich. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es im Übrigen im Hinblick auf den Aspekt, den du gerade so ein bisschen gestreift hast, das ist ja eine große Überschneidung zwischen Medien auf der einen Seite und Parteipolitik auf der anderen, nämlich die Frage nach Repräsentation insgesamt. Und ich würde sagen, dass es ein ganz leicht ist, nämlich da ist es so, sowohl im Hinblick auf, wer sind eigentlich Medienschaffende und auch mit Blick auf, wer macht eigentlich Parteipolitik, gibt es die Überschneidung insofern, als dass sie in gewisser Weise eigentlich keineswegs repräsentativ ist für die Gesellschaft. Das können wir übrigens auch mit Blick auf andere Formen von Diskriminierung, zum Beispiel Klassismus wahrnehmen, dass beispielsweise in der Parteipolitik ungefähr 80 Prozent der Menschen einen akademischen Abschluss haben, wohingegen das nur für insgesamt 20 Prozent der Gesamtbevölkerung gilt. Und ich finde diesen Punkt so wichtig, auch nochmal in dem Fall... Repräsentanz. Repräsentanz aber auch nochmal diese anderen Formen von Diskriminierung aufzugreifen, weil ich glaube, das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf Solidarität. Ja, verstehe ich. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir gerade, weil wir am Anfang gesagt haben, was ändert sich gerade trotzdem. Also dass wir es mit dem Land zu tun haben, mit dem Rassismus weit verbreitet ist, in dem Antisemitismus weit verbreitet ist, über alle Parteigrenzen hinaus verbreitet ist, dass in den Bildungseinrichtungen viel zu wenig langfristig dagegen unternommen wird, sondern dass es eher so ein Feiertagsphänomen ist, dass die Zivilgesellschaft insgesamt zu leise ist, soweit sie vor allem die, die nicht unmittelbar davon betroffen ist, obwohl sie ja unmittelbar davon betroffen ist. Es ist ja jeder auf seine Weise von Rassismus betroffen. Jetzt nochmal zur Frage der Medien insbesondere, weil wenn da eine Verschiebung ja auch entsteht, nicht nur, weil private Medien meinen, sie müssen ein bestimmtes Klientel oder Zuschauer bedienen, sondern weil man eben auch unter diesem Gesichtspunkt der Ausgewogenheit die Türen immer weiter aufmacht. Und dass damit eben eine Normalisierung von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, Rechtsextremismus stattfindet, die sich dann ja auch schwer wieder zurückdrehen kann. Das heißt, dass das, was wir in den letzten Jahren als Verstetigung von Auffassungen hatten, mindestens auf der latenten Ebene manifest werden könnte, sich so weit verfestigen könnte, dass wir eben dauerhaft hier und nicht nur in Deutschland, es ist ja ein Prozess, aber insbesondere in Deutschland mit einer rechtsextremen Partei rechnen müssen, die dann ja auch tatsächlich Mehrheiten gewinnen kann und das Land mitgestalten kann. Deswegen schon nochmal die Frage nach den Medien und nicht nur im Punkt auf Repräsentanz, sondern auch auf die Frage dieser Öffnung größerer Bühnen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es neu ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das neu ist, sondern ich habe den Eindruck, dass wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel der Umgang mit der AfD insgesamt medial war über die ganzen Jahre hinweg, dann ist es eigentlich immer gewesen so ein Hangeln von, bis es schlimmer wird, bis es noch schlimmer wird, bis es noch schlimmer wird. Und eigentlich wird da die ganze Zeit mitgegangen. Deswegen habe ich jetzt keine akute Sorge sozusagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Normalisierungsschraube jetzt nochmal so eine ganz entscheidende Umdrehung weitergeht. Das ist mein Eindruck. Also ich meine nicht das Phänomen, sondern ich meine auf der Normalisierungsebene, dass es noch anerkannter ist, dass man sich noch weniger aufregt, dass selbst die Aufregung über Rechtsextremismus irgendwann zum Ritual verkommt. Aber ich glaube, genau darin besteht das Problem, in der beständigen Aufregung. Ich glaube, die existiert nicht, die ständige Aufregung. Bitte? Nochmal, jetzt will ich nur kurz, damit ich es verstanden habe. Das Problem besteht in der ständigen Aufregung. In der Aufgeregtheit, eben weil es kein Verständnis von den Strukturen gibt, gibt es immer nur sozusagen diese hohe Emotion von, etwas ganz Schreckliches passiert. Und gleichzeitig passiert eben aber nichts Klares zum Eintritt dagegen. Das ist mein Punkt. Das heißt, wir schwingen uns eigentlich die ganze Zeit nur von einer sozusagen emotionalen Spitze zur nächsten, anstatt zu überlegen, okay, aber was machen wir eigentlich damit? Wie gehen wir eigentlich als Medienhäuser damit um? Es gibt keinen Umgang. Und die emotionalen Spitzen verändern sich aber. Das heißt, das, worüber man sich früher aufgeregt hat, regt man sich heute möglicherweise gar nicht mehr auf, weil man es schon als normal auch betrachtet. Und dass dann dieses Sich-Hangeln zu emotionalen Spitzen dazu führt, dass man sozusagen nach Aufregungspotenzialen sucht, die man dann immer weniger findet. Und dass dann der Punkt, an dem man sich tatsächlich grundsätzlich mit Rechtsextremismus und Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzt, gar nicht mehr stattfindet. Verstehst du, was ich meine? Total, total. Also zu sagen, dass die Erregungsspirale gekappt wird, weil die Normalisierung dieser Positionen so breit stattgefunden hat. Also ich glaube, man muss da auch wiederum trennen, wer legt sich eigentlich auf? Für wen ist das ein Skandal, dass das jetzt passiert? Für wen ist es tatsächlich irgendwie alltagsgestaltend? Wer läuft damit rum und denkt darüber nach und beschäftigt sich damit? Und wer nimmt das einfach hin und sagt, naja, mir wird es schon weiterhin gut gehen? Also ich glaube, es ist ein Privileg, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, weil man von bestimmten Diskriminierungen nicht betroffen ist. Und ich glaube, ein großer Teil dieses Landes macht sich gar nicht so viele Gedanken darum, was das für die Zukunft des Landes bedeutet. Ich glaube, das, was uns tatsächlich Sorgen macht, ist, wann es in der politischen Landschaft ganz normal wird, mit der AfD zu koalieren. Diese Dampbrüche, die gibt es bereits, 2020, Thomas Kemmerich in Thüringen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, was für uns tatsächlich eine reale Sorge ist, der Moment, ab dem es normal wird, eine Koalition mit der AfD einzugehen. Und ab dem es diese Koalition mehr und mehr gibt. Vor allem im Hintergrund waren ja die Äußerungen, insbesondere von CDU-Politikern aus dem Osten, angesichts der Wahlerfolge in Sonneberg, dann doch ganz interessant. Also zu sagen, das ist hier auf kommunaler Ebene geht es gar nicht anders, das ist eine Notwendigkeit. Das waren ja plötzlich kommunalpolitische Zwänge, die den großen Dammbruch und das Einbrechen der Brandmauern dann gerechtfertigt haben. Aber vielleicht sind es ja nicht nur die Brandmauern, und das knüpfe ich an das an, was ihr vorgesagt habt, vielleicht sind es ja gar nicht nur die Brandmauern gegenüber der AfD, sondern vielleicht müssten die Parteien grundsätzlich ja sich Gedanken machen, was Brandmauern gegen Antisemitismus und Rassismus in diesem Land bedeuten würde. Das würde was ganz anderes meinen, als nur sich gegen die AfD abzugrenzen im Sinne eines Meers. Ich würde gerne den letzten Teil des Gesprächs dann doch noch mal, weil das ist ja an sich eine dramatische Entwicklung, wenn ihr sagt, es gibt viele Juden und Jüdinnen, die sich überlegen, das Land zu verlassen, wenn viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich überlegen, mindestens Ostdeutschland zu verlassen, aber vielleicht auch bald den Rest des Landes, dann ist es ja eine dramatische Entwicklung. Und eine dramatische Entwicklung nicht nur für die Betroffenen, sondern für das Land insgesamt. Was glaubt ihr denn, wenn wir uns überlegen oder wenn ihr euch überlegen würdet, was wären denn Bündnispartner für eine neue, breite Bewegung in diesem Land, die noch mal ganz neu Anlauf nimmt, breiter Anlauf nimmt, grundsätzlicher Anlauf nimmt, um diese Entwicklung zu stoppen? Also ich glaube, der Punkt, der mir total wichtig ist in dem Zusammenhang, ist einfach auch noch mal Menschen darauf hinzuweisen, dass es sich lohnt, das Programm der AfD sich mal anzuschauen. Weil tatsächlich ist es ja so, ja, Antisemitismus ist in dem Zusammenhang relevant, Rassismus ist in dem Zusammenhang relevant, aber alle anderen Formen von Unterdrückung eben auch. Also das Parteiprogramm besteht unter anderem daraus, dass Klimawandel vermeintlich nicht real ist. Wir sind aber mittendrin, also wie gehen wir damit um? Das Parteiprogramm besteht unter anderem auch daraus, dass Alleinerziehende zum Beispiel nicht in irgendeiner Form unterstützt werden sollen, außer wenn sie vermeintlich sozusagen unverschuldet, also durch den Tod des, der PartnerIn sozusagen überhaupt alleinerziehend geworden sind. Alles, was da steht zum Thema Mutterschutz und wie irgendwie mit Kindern umgegangen werden muss, erinnert mich doch sehr stark an Sachen, die es in Deutschland schon so gegeben hat. Und zwar in wirklich sehr düsteren Zeiten. Von daher, was ich mir wünschen würde, das kann ich anders wirklich nicht sagen, ist, dass mehr Menschen wahrnehmen, das ist nicht ausschließlich eine Bedrohung für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und es ist nicht ausschließlich eine Bedrohung für Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind. Es ist eine Bedrohung, Punkt. Und wenn man das so sieht, müsste man dann nicht doch viel offener, aggressiver, deutlicher in der Debatte werden, auch im Sinne von zu sagen, ich sage das mal provokativ, wir holen uns unser Land zurück, weil das ist nicht euer Land. Völlig, völlig. Und an das, was ihr beiden jetzt gesagt habt, ich glaube, es muss eine Welle der Politisierung durch das Land gehen, in dem Sinne von, man muss verstehen, dass die Demokratie, in der wir leben, fragil ist und dass sie keine Selbstverständlichkeit ist. Und das vor allem für diejenigen, die als erstes darunter leiden werden, wenn diese Demokratie nach und nach abgeschafft ist. Für uns ist jetzt schon klar, wir müssen auf der Straße sein, wir müssen für die Demokratie kämpfen, wir müssen für unsere Rechte kämpfen, aber wir können das nicht alleine machen. Und gerade diejenigen, die das eigentlich in Kauf nehmen können, weil es ihnen ganz gut geht in diesem Land gerade, gerade die müssen aufwachen und verstehen, dass es auch was mit ihnen zu tun haben wird, dass es auch negative Auswirkungen auf ihre Zukunft hat und dass auch sie diesen Widerstand leisten müssen. Und dass wir entweder jetzt für diese Demokratie kämpfen und das auch tatsächlich zu unserer gelebten Aufgabe machen oder dass wir das Land verlieren. Dass wir das Land verlieren, ja. Das heißt, vielleicht auch mal wieder dafür kämpfen, die Symbole dieses Landes sich wieder anzueignen. Würde man so weit gehen, zu sagen, die Deutschlandflagge überlassen wir nicht mehr den Rechten und den Rechtsextremisten im Land? Oh, schwierig. Ja, ich wollte nur sagen, am Ende wird es aber ja auch um die Symbole und die Institutionen dieses Landes gehen, wenn man diesen Kampf zu Ende führen will. Das wird eine spannende Debatte noch werden. Aber ja, erst mal vielen Dank so weit. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auf jeden Fall ein Plädoyer für ein neues Manifest, für eine neue starke Bewegung in diesem Land gewesen, die sich klar macht, dass es eine breitere Bewegung als nur der, derer ist, die als unmittelbar betroffen gelten, weil es uns alle betrifft. Vielen Dank für dieses sehr interessante und sehr eindrückliche Gespräch, das wir hier führen konnten. Vielen Dank euch, dass ihr bis zum Schluss drangeblieben seid. Das war's von Studio M. Wir werden diese Diskussion ganz sicher weiterführen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich sage vielen Dank an meine Gäste hier. Vielen Dank an euch und Tschüss aus Köln. Tschüss aus Köln.